Was arbeitest du und wie viel verdienst du monatlich? Ich arbeite als Augenabdäckerin, ungefähr so 1.500. Was ist dein Beruf und wie viel verdienst du monatlich durchschnittlich? Systemingenieur und ich verdiene 5.500. Was für ein Beruf machst du und wie viel verdienst du monatlich? Ich bin Werbetechniker, 3.000 bis 3.400 ungefähr per Auto. Schrei. Schrei. Untertitelung des ZDF, 2020